ja hallo kommen mein namens dann die röpe und ich brauche das habe ich zurück zuletzt blacking gemacht wie chain of memories reverse rebirth voll schnell in der letzten folge haben wir monstrow nach etwas zu langer zeit erledigt und jetzt gehen wir einfach den nächsten auf dem machen speed waren wir aus ja aber es geht hier hat schnell voran wenig cut ziehen außer die jetzt ausnahmsweise take it your riku und der typ are you with ansem you are half correct let us say that he is not the answer with which you are familiar he is ansem and he is not answer perhaps nobody best conveys the idea riddles were never my thing try again he belongs to neither the light nor the dark but walks the twilight between catching on now oh yes you also stand in between the light and the darkness it appears we have much in common maybe like you said there really is darkness left inside of me but so what darkness is my enemy and so are you for reeking of that awful smell oh so it's a fight you want very good i shall take you on yeah we can't even wechseln ob der ich glaube immer game over alle leute natürlich wieder erst ich habe keine eins bis mal ab hier ich möchte mal sagen dagegen machen keine neuen glaube ich bin wieder neu stecken jetzt nicht wenig aber ich habe die frage ist ja kann eine kept aber ja alles war wie viel er hat ja nur 809 die frage ist die frage ist ja jetzt nicht achten und neun hat die blöde solchen wegen den machen ich kann mich nicht heilen oder irgendwie soweit also das spiel mit eifern mit riko aber noch ein bisschen mehr Ich ziehe da gar nichts ab, super. Na dann komm ich nochmal mit hier hin. Hallo Neue! Ha! Take this! Taste this! Leider sagen wir, bevor ich den Trenn brauche. Mein Gott, wie viel Karten ich habe. Here you go! Just me! Ah! Take this! Ha! Take this! Ha! 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 Geh weg! Ha! 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 Come on! Ah! Das ist ein Abzug! Also mal ruhig dein Sinistra Dings einsetzen, ne? Ich wollte warten, bis der Dings einsetzt, ne? Nein! Hey, echt! Ah! Die sind ein blöd Schild! Hey, jetzt nicht echt! Hey, ich hatte das schon gewonnen, was am Teufel! Dann... Warum habe ich auch so schwache Mikki Kartenlogat? Ehrlich? Ich hab ne Grütze! Gute ist, mit Rico kann man nur noch stärker werden. Ich kann mich irgendwie dummes Deck oder so zusammenbauen. Ich hab' mit den Sacken drauf! Ach! Na, ich hab' mit den Karten draufkasten! Ich hab' mit den Anweskraft, seine Sinistra Punkte, die HP, also stärker! Das die Kämpfe werden irgendwann leichter! oh Nein! Was? Oh, okay, gut. Was ist das? Ich habe noch kurz vor dem Part geguckt hier, wie das hier inaktiviert wird. Naja. Oh, das ist auch eine Attacke. Oh, schon abgelaufen. Ja. 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 Aha, er weiß mich nicht. Ja. 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 ja 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 ich weiß er schmilzt ja ja wie ich den typ masser als geil mit ja glaube ich xo 4 5 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 und bist darauf eingefallen hat verdammt riko okay der kommt war schon ein bisschen hitziger dreck ein katz ihn manchmal vielleicht habe ich die welt noch nachhaltig schafft dann jeweils die hallo aber jetzt sind keine möglichen lange zeit nimmer 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 nimmerland ein bisschen trainieren auf screen 20 irgendwie nur abhören die ungern werte auf screen dann weiß dann immer was ich gemacht habe aus so habe ich das ja immer so gemacht immer wenn ich den punkt erreicht habe wo ich eine neue technik lerne da habe ich ja und screen gezeigt immer schon mal schnell dann wollen wir müssen und ein bezweifle hat der dreck da am ecke ist wenn wir da ohne kämpfe gegen die viecher wenn ich kurz vor dem level abbringst ich kann schon direkt ein sehr gut Ja, ich bin ein bisschen mehr Pfeifen. Ja, oh mein Gott. ist ja noch ein bisschen bis ich dann ich sage alles 0 Ich brauche sowieso noch ein paar Karten. Danach irgendwie den nächsten Raum und so betreten, das habe ich glaube ich nicht mehr mehr, wenn der Boss besiegen oder was immer danach kommt. Ich brauche ein paar mehr AP. Aufnehmen geht ja jetzt schnell, ein Trikot, einfach nur ein paar Mischen. Ich hätte aber gerne mehr Karten. Oh mein Decker. Da kann ich aber noch wieder mehr auf die Faust hauen. Also es kann Gegner so nah kommen, dass man sie nicht trifft. Man trifft die und die laufen vorher in einen Reis. Oh nein. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. ich verarschen warte bis die ihre gegen uns einsetzen, dann kann ich angreifen das war aber gegen den Kampf nicht Ja, ich hab noch mal zu tun. Hey. Ja, ich hab noch mal zu tun. Ich hab noch mal zu tun. das ist ja bereich ich habe genug speichern bekommen machen jetzt noch fertig ist mir passiert auch noch nicht so lange kommt mir jedenfalls vor 14 als er ist da kann aber ich habe das dünchtigen doch machte sport halt was geht schwertkampf gerne recht kampf das war klar das ist ein bisschen zu irgendwie nicht sie gar nicht mal schlecht aber alles nur dann habe ich nicht in irgendeinem anderen bild mehr habe ich nur hier glaube ich dann so könnte ich mal ein schönes sinistra modus aktivieren mann nur den schlangen alles stufen aufstehen jetzt mein überleben sichern ein mitglied von den kaputzenträgern erledigt ja da ist er sehen wir uns bin ich da weg geöffnet habe ich noch kurz 15 16 vielleicht werde ich bis level 16 20 oder irgendwie so trainieren mal gucken jeweils alle zuschauen und ich werde nur ap und danke ich danke wenn ich ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge richtig jetzt kann ich den knopf drücken